Hallo zusammen, Freitagabend, 17.29 Uhr. Der DAX macht gleich seinen Schlusskurs, aber das ist jetzt mal nicht so, ob der nochmal 10 Punkte hoch geht oder runter geht. Eins vorweg, ich mache nächsten Mittwoch noch einen Film und Freitag. Nächste Woche Freitag wird es der letzte DAX-Film dem Jahr sein, das ist dann nach dem großen Verfalltermin. Und dann mache ich in der Zeit ab dem 15. bis Ende des Jahres, mache ich nur Aktien. Und ich versuche alle 40 DAX-Werte und auch die großen Amis mal durchzunehmen. Ich werde immer bündeln, immer so, was weiß ich, 4, 5 Stück auf einmal. Und auch mal mit einem längeren Ausblick, weil das hat sich jemand gewünscht, dass ich mal wieder auf Aktien schauen kann. Aber ich möchte gern erst den Verfalltermin hinter mir lassen. Ich habe den DAX so gewählt, dass ich diese beiden Bewegungen einmal, zweimal, das ist Oktober letzten Jahres, direkt mal im ersten Chart mit drin habe. Diese hier, das waren 2.550 Punkte und das ging über 9 Wochen. Das war alles positiv, da kam es allerdings mal zu einer kleineren Korrektur. Diese hier, das waren, was war denn das, das war so in den Januar rein, das waren 1.800 Punkte. Was wir jetzt hier haben, damit gehe ich jetzt hier rüber, das sind 2.140 Punkte und in einem Zeitraum von 6 Wochen. Das ist also völlig in Ordnung. Ich habe hier diesen kleinen Trendkanal gezeichnet, in dem er sich schön nach oben hangelt. 2.140 Punkte ist völlig in Ordnung, das ist nicht außergewöhnlich. Es ist halt so. Ich glaube nach wie vor nicht, dass es dem großen Verfalltermin nächste Woche geschuldet ist. Also ich sehe das so nicht. Ich glaube, es ist A, Short-Eindeckung und B, nennen wir es mal so ein bisschen so Anlagenotstand. Und diese ganze Vertrossenheit, diese, ich will nichts von Aktien hören, das wir hatten seit August, das dreht sich halt jetzt überproportional um. Mir ist Folgendes aufgefallen bei Gesprächen mit verschiedenen Schülern. Jetzt nehmen wir es mal so als Beispiel. Die haben 17.000er Putz und die haben sie gekauft bei 16.500. Da liegen sie jetzt momentan so ganz grob 250 Punkte hinten. Sagen sie sich, okay, nehmen die gleiche Basis, also den gleichen Schein und verdoppeln den. Dadurch erhöhen sie den Einstand und liegen jetzt nur noch 125 Punkte hinten mit der doppelten Position. Was mir dann aufgefallen ist, wenn dann der Markt 50 Punkte runter geht, schließen die oder reduzieren die die Position nicht, sondern sagen sie sich, ich, 125 Punkte, lage ich hinten, jetzt nur noch 75. Ja, die 75 Punkte, die warte ich nochmal. Das wird schon runtergehen, weil das tut weh. Ein Verlust, eine Position mit Verlust zu schließen, tut weh. Das ist eine Kopfsache. Denen habe ich also folgenden Rat gegeben. Nichts verdoppeln von der alten Position, sondern nehmt eine neue 2, 300 Punkte höher. Sagen wir mal 17.200. Wenn jetzt der Markt runter geht um 50 Punkte, liegt die zweite Position, liegt vorne. Und die kann man dann zumachen, ohne die erste zu stören. Aber man kann dann mit dem Gewinn, den man von dem höheren Put hat, wenn es denn Gewinne werden, mit diesem Gewinn kann man Teile der ersten Position schließen. Ich erlebe das ganz oft, dass jemand, bleiben wir nur ein Beispiel, ein 17.000er Put hat und dann liegt da hinten und dann verdoppelt er genau den. Und dann kauft er nochmal was dazu, weil auch wenn der Markt dann mal für ihn läuft, 30, 50, 100 Punkte, die Position nicht geschlossen wird, weil das Schließen eines Verluststrates wehtut. Geht aber in euch, vielleicht ist das bei euch auch so, das ist mal ein ganz guter Tipp. Ich mache das also auch so, ich verdoppel Positionen ungern, also in Scheinen oder in Zertifikaten. Ich nehme dann eine andere Basis, die höher weg liegt. Ich trenne die dann voneinander. Und wenn da die eine etwas vorne liegt oder vorne liegt, dann kann ich die andere reduzieren. So, mal ganz kurz zu mir, zu meinem Zeug hier. Das waren die Positionen, die ich am Mittwoch gezeigt habe. Die HelloFresh, die sind raus, weil da habe ich den Stop einfach zu nah dran gezogen. Bei 15,30, das war zu nah, ärgere ich mich jetzt auch, sind sie 16, irgendwas. 16,04. Und die Bayer hatte ich auch zu knapp dran. Die waren bei 32,5, ich habe es bei 32,11 wurde ich da gestoppt. Das war zu nah dran, habe ich auch nichts mehr. Und ich ziehe nach wie vor den Stop, den ziehe ich deutlich an. Ja, ich will denen nicht irgendwie, ich will da nicht mehr so viel von hergeben. Deswegen tut mir mein Long Put auch nicht weh. Ja, das ist also zumindest, das geht gegen mein Ego, ja, aber es geht nicht gegen den Geldbeutel. Damit bin ich fein. Was diese Bewegung angeht, es gibt drei Möglichkeiten. Ich mit meinen Herangehensweisen, ich habe es am Mittwoch schon gesagt, ich kann jetzt hier kein echtes Ziel ermitteln. Ich habe von LJ welche gehört, ich habe von Ishimoku welche gehört, von Heikin Aschin welche gehört. Die liegen alle zwischen 16.850 und 17.200. Da liegen die. Das würde ganz gut passen mit diesem Vergleich zu dem Oktober letzten Jahresding mit den 2600 Punkten. Da hätten wir noch ganz grob 400 Platz. Ich sehe es nicht, aber ich sehe das auch schon seit hier unten nicht, dass der Markt so hoch gegangen ist. Ganz ehrlich, es gibt kein Verkaufssignal. Jetzt gehe ich mal mit euch hier auf die 10-Minuten-Einheit, nur mal was zu zeigen, wo man das vielleicht erkennen kann. Solange solche Kerzen hier, das ist jetzt seit 10 Minuten schadet, sofort wieder überkauft werden, runter, wieder drüber, runter, wieder drüber. Solange hat der Markt seinen Aufwärtsmodus. Erst wenn sich das hier ändert, diese Regel, wenn da sich hier eine Weiße ist, die Schwarze geht runter und das wird dann gefolgt von mehreren Schwarzen. Dann kann man sagen, okay, vielleicht ist die Dynamik raus. Auf Stundensicht hat der Markt heute eins geliefert und zwar, wo war er denn jetzt, dieser Bereich hier, sagen wir mal 16.590. Ich denke erst über einen Short nach, wenn wir da drunter sind. Vorher nicht, weil dann gehe ich auch davon aus, dass wir irgendwo hier runter sind, dann haben wir weitere 200, 300, 400 Punkte Platz. Es würde mich nicht wundern, wenn wir unter die 16.000 gehen. Und dann stehen wir alle da und sagen, ich habe es doch gewusst, das Ding ist zu hoch. Kennen wir alles, das ist Börse live. Aber zurück zum Tag. Ich habe keine Verkaufssignale. Ich kann nach wie vor sagen, er ist nicht nur hoch, er ist auch von der Technik her extrem hoch. Wir sind hier bei der Stochastik von 92. Das ist viel, aber ich habe hier kein Verkaufssignal, ich habe hier gar nichts. Auch auf mehrerer Tagessicht nicht. Da müsste ich erst hier runter gehen und da, 15.900, um diesen Aufwärtstrend als erledigt anzusehen. Das ist momentan nicht der Fall. Ich habe die Scheine nicht geändert. Das heißt, ich habe die Calls so gelassen, von denen halte ich mich momentan ziemlich fern. Das wäre mir also viel zu weit hier unten, um die kaufen zu können. Aber ich weiß, dass der eine oder andere, der hätte gerne einen kleineren Hebel, da passt 16 ganz gut. Ich lasse auch den hier drin, den 16.972er. Der hat den Hebel von 51 am Mittwoch, jetzt ja schon bei 69. Ich habe das so eine halbe Stunde gemacht, vielleicht ist er jetzt sogar schon bei 70. Ich lasse ihn trotzdem drin. Für den Fall, dass über den Stundenchart das eintritt, was ich denke, dass irgendwann mal Verkaufssignale kommen. Dann möchte ich einen haben, der möglichst nah dran ist, der wenig kostet. Dann will ich da dabei sein. Deswegen lasse ich den drin und den lasse ich genauso auch drin, 17.223. Es macht keinen Sinn, dagegen zu halten, der muss sich jetzt hier austoben. Und ich kann echt nicht sagen, ist das jetzt schon hier? Ist das bei 16.8, bei 16.850? Das war, glaube ich, das erste von Ishimoku. Jetzt weiß ich nicht mehr genau, ob das Elliot war oder Ishimoku. Ich verfolge die nicht so. Ich telefoniere da mit Leuten, die davon wesentlich mehr verstehen als ich, weil ich tue es nicht. Und nochmal, in meiner Heransehensweise kann ich hier kein echtes Top irgendwo erahnen, ein Ziel. Ich kann es nicht sehen, wo echte Widerstände sind. Es sind nach wie vor in den Uncharted Territories. Leute, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bye, bye. Bye. Bye.